Wenn du einzeln mit jemandem redest, der kommt feindlich rüber, in diesem Fall, die Grundlage ist immer Freundlichkeit, kann man sagen zum Beispiel, das kann ich gut verstehen, da bin ich auch Ihrer Meinung. Zum Beispiel sagt man, ja, gucken Sie mal, hier, da, 11. September, hören Sie mal. Sagen Sie, ja, ich habe auch gemeint, das ist echt eine Sache gewesen, die grausam ist. Aber dann stellst du direkt eine Gegenfrage. Aber was ist denn jetzt beispielsweise, zum Beispiel mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg? Das sind ja alles Sachen. Terrorismus ist ja kein Monopol der Muslime, zum Beispiel. Oder er kommt mit Kopftüchern. Guck mal, ich sage euch mal was, wie man diesen Leuten, guck mal, zum Beispiel bei mir, guck mal, ich bin im Supermarkt, ich bin ja Deutscher, und meine Frau geht da lang, und die ist ja komplett verschleiert. Und da kommt ein Mann vorbei, und er will, und er sieht meine Frau, und dann will er sich so bei mir ausheulen, weißt du? Hat er gesagt, er könnte jetzt mit mir so, ja, hier, gucken Sie mal, wie die rumlaufen, hier, so nach dem Motto. Und dann habe ich, und wisst ihr, was ich gesagt habe? Eigene Waffen. Eigene Waffen. Guck mal jetzt, die Antwort. Hattest du ihm gesagt, ja, wieso? Also, in Deutschland das Gesetz, jeder kann rumlaufen, wie er will. Ich sage, jeder kann rumlaufen, wie er will. Sind Sie gegen das Grundgesetz? Nee, ja, ich habe das gesagt. Verstehst du so? Ich habe gesagt, in Deutschland kann jeder rumlaufen, wie er will. Lassen Sie die Frau rumlaufen, wie sie will. Oder sind Sie gegen das Grundgesetz? Gibt es hier eine Kleiderordnung, oder wie? Ähm, nee, ähm, 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 äh, nichts mehr, was er sagen soll. Versteht ihr? Du musst dann manchmal den Spieß rumdrehen. Ja, hier, die werden doch alle gezwungen. Ja, wie viele Frauen kennen Sie denn, die zum Kopf durchgezwungen werden? Jetzt gibt es natürlich manche Stufen. Ja, ich kenne das. Ich arbeite dort und dort, und bei mir oben, da wohnt ein Türke, und unten wohnt ein Marokkaner, und der eine hat seine Frau geschlagen. Dem anderen ist die Frau auch laufen gegangen. Verstehst du? Solche Schlauberge hast du natürlich immer. Brüder, du kannst es nie jedem recht machen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist nun mal so. Jedenfalls ist es wichtig, hier in dieser Sache, in dieser Sache, ja, zum Beispiel eben das Wind aus dem Segel zu nehmen, mit einer Frage, oder zum Beispiel, indem man sagt, mir geht das ähnlich und so weiter und so fort. Die zweite Sache ist, der, der uninteressiert ist. Wie kannst du den, der uninteressiert ist, wie kannst du bei ihm Interesse wecken? Es gibt eine Frage, die so gut wie jeden Menschen interessiert. Wenn diese Frage dich interessiert, dann Prost Mahlzeit. Das ist, was ist der Sinn deines Lebens? Glaub mir, die Frage öffnet Wege. Was ist der Sinn deines Lebens? Entweder er labert irgendeinen Schwachsinn, glaub es mir, du wirst es sehen. Es gibt immer nur vier Antworten. Schau doch den Vortrag an. Entweder er erzählt irgendeinen Blödsinn oder er sagt, ich weiß es nicht. Aber meistens, wenn sie dir Konter geben wollen, dann erzählen sie irgendeinen Blödsinn. Merken Sie das? Wenn der irgendwas erzählt, erzählt er das nur, weil er dir als Muslim nicht recht geben will, dass du am richtigen Weg bist. Dann erzählt er, ja, die Apropylpüse, Apropylnoxe und Dingsbums Armstrong ist zum Mond geflogen. Irgendwas erzählt er dir schon. Glaub es mir. Glücklich sein. Ich bin glücklich und erfüllt. Sie sind glücklich und erfüllt? Am 11.11 Uhr um 11.11 Uhr, wa? Was? Und jetzt? Hust du mal an? Datia. Achso. Ja, ich muss das in der Hand tragen, sonst hören die Frau nichts. Ich sag das ja. Dat knackert zwar jetzt ein bisschen, aber hauptsache die Frauen hören wat. Ja. Oder sehe ich dat falsch? Gut. So. Der Uninteressierte, eine Frage, mit der man den Uninteressierten, was haben wir noch für drei Gruppen, Uninteressiert, Interessiert, Feindlich. Der Feindliche, man kommt meistens, stellt irgendwelche Fragen, ich hab ein paar Tipps gegeben, ja. Erstmal, wenn er eine Frage stellt, warum machen Sie im Islam diese, dies, sagt man, danke, dass Sie schon über meine Religion fragen. Und dann machst du ihm erstmal einen Vortrag, bis du ihm die Frage beantwortest. Aber bevor ich Ihnen die Frage beantworte, muss ich Ihnen sagen, ich darf in meiner Religion nicht lügen. Hast du ihm schon mal die erste Antwort gegeben? Weil Allah sagt, es sagt ein richtiges Wort. Das heißt, ich muss über die Religion die Wahrheit sagen. Und das Schöne ist, selbst wenn ich Ihnen nicht die Wahrheit sagen würde, unsere Religion basiert auf authentischen Fundamenten, Koran und Sunnah. Sie könnten es nachschlagen und sehen, was die Wahrheit ist. Das heißt, du hast ihm die zweite Information gegeben, dass der Koran und die Sunnah authentisch und unverfälscht sind. Okay? Das heißt, du hast schon mit dem Dawa gemacht, bevor du die Frage beantwortest. Und dann beantwortest du die eine oder andere Frage. Und das werden wir in den folgenden Unterrichten des Dawa-Kurses machen. Wir werden darüber reden, wie redet man über die Rolle der Frau im Islam. Warum darf der Mann vier Frauen heiraten? Warum nicht fünf? Ja, zum Beispiel. Warum darf die Frau nur einen Mann heiraten? Ja, und der Mann darf vier Frauen heiraten? Zum Beispiel. Werden wir die ganzen Sachen reden. Warum trägt die Frau Kopftuch? Warum trägt sie kein Bart? Wie der Mann. Ich muss es immer wieder betonen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Frau keinen Bart trägt. Wie der Bart ist Hijab für den Mann. Kann er seine Schönheit mit verstecken? Oder die nicht verhandeln dürfen. So. Dann, was wichtig ist, dass man mit den Menschen über Dinge... Das werde ich nachher nochmal darauf anzusprechen kommen, Inshallah. Dann der dritte Punkt ist, die innere Einstellung. Welche innere Einstellung sollst du haben? Die Grundlage bei der inneren Einstellung, die du hast, dem anderen gegenüber, ist, dass du ihm das Beste wünschst. Du musst an ihn... Dann wirst du einen großen Erfolg haben. Wenn du einfach nur Dauer machst, um Dauer zu machen, ach ja, oder um ihn fertig zu machen. Fertigmachen kann manchmal nützlich sein, wenn Leute drumherum sind, damit die sehen, dass der Unsinn erzählt. Wenn du zum Beispiel mit irgendeinem Islamhasser von PI redest, dann kannst du den ruhig fertig machen mit Argumenten. Ja, dass du eins nach dem anderen. Aber, ja, die Grundlage ist, immer freundlich sein und wenn man etwas nicht weiß, was sagt man dann? Weiß ich nicht, muss ich nachschlagen. Ist gar keine Schande. Das Schlimmste ist, wenn dich einer etwas fragt und du weißt es nicht und du fängst an zu rudern. Du wirkst total unsicher. Komm, wenn du mich jetzt etwas fragst und du merkst, ich weiß es nicht, aber antworte trotzdem. Erstens, du lügst über die Religion. Zweitens, im Endeffekt, merkt der, dass du irgendwas erzählt hast. Und das hat vielleicht nachher noch einen größeren Schaden für die Religion als alles andere. Besser ist, der fragt dich irgendwas, du sagst, ich bin kein Gelehrter, da habe ich jetzt keine Antwort drauf, aber wir können uns gerne nochmal treffen, dann frage ich jemanden, der immer wissen hat, was ich. Wie wirkt das? Das wirkt ganz lokal, das wirkt total selbstsicher. Das wirkt total selbstsicher. Ja, die haben mir einige Fragen gestellt, jetzt auch, das haben sie dann nachher gar nicht veröffentlicht, weil ich einfach gesagt habe, ja, weiß ich nicht, da muss ich nochmal nachgucken. Punkt. Punkt. Oder jetzt mit Fernsehen, dann sage ich manchmal, wenn man mir eine Frage stellt, sage ich, ja, das kann ich in dem Rahmen nicht drauf antworten, weil da muss man lange Erklärungen haben, das ist eine Frage, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist zum Beispiel gut, wenn dir einer eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst, du sagst ihm, die Frage kann man nicht mit Ja, der will so Ja oder Nein hören, dann sagst du, man kann nicht jede Frage mit Ja oder Nein beantworten. Wenn er sagt, ja, antworten Sie mit Ja oder Nein, der bleibt dran, dann sagst du, man kann nicht jede Frage mit Ja oder Nein beantworten. Also, wie gesagt, ich kann Ihnen gerne die Frage beantworten, da brauche ich einen längeren Zeitpunkt für. Und wenn er sich schon immer noch dran hält, dann sagst du, okay, dann beantworten Sie mir diese Frage mit Ja oder Nein. Ist Ihre Mutter schon aus dem Knast, antworten Sie mit Ja oder Nein. Wenn er sagt, ja, dann sagst du, ah, die war im Gefängnis gewesen. Dann sagt er, nein, aha, sie ist immer noch im Gefängnis. Ja, okay. Weiter. Innere Einstellung, dass du da rangehst, mit der Absicht für diesen Menschen das Beste zu wollen. Ja, was ist das? Ja, und bei den Frauen, es wäre sehr schön, wenn man dort leise ist. Ja, weil es gibt einige, die wollen was mitbekommen. Ja. Ja? Okay. Deswegen, ich sag euch eins. Guck mal, wenn man eine Kamera hat, dass die Frauen einen Bildschirm haben, ist bei den Frauen immer Ruhe. Ist so. Weil durch das Bild ist man aufmerksamer, als wenn man nur Ton hört. Bei Ton hört, dann ist der Kaffeeklatsch dann angenehmer und interessanter. Aber, ist wirklich so. Gut. Das heißt, du willst das Beste finden. Das kannst du auch sagen. Du kannst zu ihm sagen, guck mal, Thomas, Stefan, weißt du, ich sage dir diese Sachen nicht, weil ich da Geld für kriege. Sondern weil ich dir das Beste wünsche. Und ich glaube, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Brüder, das ist ein ganz wichtiger Satz. Du sagst, Bruder, oder nicht Bruder, du sagst, Stefan, dies, das. Ich sage das nicht zu dir, weil ich dich beleidigen will oder weil ich was Böses für dich will. Sondern weil ich mir für dich das Beste wünsche. Und der Islam ist der einzige Weg zum Paradies. Die einzige Rettung von der Hölle. Wenn du das zu ihm sagst, dann wird er nicht böse sein. Deswegen bitte ich dich, informiere dich. Wenn du willst, ich kann dir gerne ein Büchlein geben. Aber habe diese innere Einstellung, Bruder. Das Wort, was vom Herzen kommt, kommt an die Herzen. Das Wort, das nicht vom Herzen kommt, trifft die Herzen nicht. Nehme dir vorher vor. Stelle dir vor, dieser Mensch geht in die Hölle. Und sage zu ihm, Stefan, Thomas, was auch immer. Ich wünsche dir das Beste. Deswegen möchte ich dir diese Botschaft geben. Ich möchte dich nicht beleidigen oder irgendwas anderes. Ich möchte, dass du am jüngsten Tag auch ins Paradies gehst. Glaub mir, dieser Satz, der hat viel Einfluss. Weil die Leute denken, wir wollen die erobern oder irgendwas. Wir wollen die Herzen erobern. Wir wollen gemeinsam mit den Leuten gewinnen. Viertens. Der Maßstab und Selbstbewusstsein. Ganz wichtig, Selbstbewusstsein. Da habe ich eben schon drüber geredet. Überall im Leben musst du Selbstbewusstsein haben. Und gerade im Islam. Brüder, wisst ihr was? Viele Leute denken, der Vogel, der ist ja sowas von selbstbewusst. Stimmt, oder habe ich recht? Ich bin nur bei Islam selbstbewusst. Glaub mir, alles. Weil ich 100%... Also, was heißt nur? Also, auf jeden Fall. Also, bestimmt nicht nur, aber bei Islam. Da bin ich wirklich selbstbewusst. Weil ich genau weiß, das ist der wahre Weg. Ohne jeden Zweifel. Und ich weiß, Allah ist auf unserer Seite in dem Sinne mit seiner Hilfe. Das heißt, warum soll ich nicht selbstbewusst sein? Und für mich ist alles, was dem Islam widerspricht, falsch. Merke dir das. Bruder, merke dir das. Alles, was dem Islam widerspricht, ist falsch. Und der Islam ist die einzige Wahrheit. Und sage dir das immer wieder. Der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit. Der Islam ist die Wahrheit. Und alles, was dem Islam widerspricht, ist batil, ist falsch, ist irreleitung. Merke dir das. Das ist so. Und da braucht man keine Angst zu haben, das zu sagen. Weil viele Leute denken, oh, oh, das sollte man vielleicht nicht sagen. Das ist das Problem. Man muss selbstbewusstsein haben. Es ist nicht verboten zu sagen, das ist Meinungsfreiheit. Ich kann über die Straße gehen und sagen das. Das ist die Herausforderung für diese Gemeinschaft. Dass wir den Mund aufmachen und genau das artikulieren. Aber warum werden diejenigen angegriffen, die das sagen? Weil die anderen es nicht sagen und sich verstecken. Wenn jeder Muslim das sagen würde, wäre das eine normale Sache. Aber jetzt, weil die anderen es nicht sagen, bist du auf einmal radikal. Aber jeder Muslim glaubt das. Ist so. Jeder Muslim muss glauben, dass der Islam die einzige Rettung vor der Hölle ist. Und dann hast du Selbstbewusstsein. Und dann kommst du auch zum Maßstab. Wisst ihr, was jetzt der Maßstab geworden ist? Der Maßstab für die Wahrheit ist nicht das deutsche Gesetz. Oder was gefällt Heinz und Hans und, was weiß ich, Franz. Oder was gefällt Frau Merkel. Oder was gefällt Tony Blair. Oder was gefällt Balou der Bär. Oder so. Der Maßstab für den Islam ist, wir haben logische Beweise in der Religion. Weil du musst dir vorstellen, Brüder, das ist ein ganz wichtiges Problem. Jede Frage, mit der man zu dir kommt, wenn du Selbstbewusstsein hast und weißt Islam, ist die Wahl, da hast du eine Antwort drauf. Ja, warum muss ich im Islam die Frau Kopfdruck tragen? Ja, ja, wissen Sie, ja, früher und bei uns in den arabischen, türkischen Ländern die Sonne und da wird die Haut geschützt. Und, ja, wissen Sie, damit die Frau ein Geschenk, das schön ist, das verpackt man auch. Und dann die Frau, wenn die ihre Reize nicht bedeckt, vielleicht wird sie vergewaltigt. Achhi, was ist das für eine Wirkung? Der hat dich schon platt gemacht. Natürlich, du kannst solche Argumente bringen. Aber weißt du, was die beste Antwort ist? Allah hat das im Koran befohlen. Was will er jetzt noch sagen? Was will er jetzt noch sagen? Will er sagen, ich glaube nicht. Dann sagst du, ja, wacht, Moment. Ich kann Ihnen einige Beweise aus dem Koran, und dass der Koran...